ja wie soll ich dieses video anfangen willkommen zu lego loko geht super ja 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 will ich nein hilfe hilfe ich muss mehr diese geräusche taskmanager taskmanager ja lego loko taskwenden so super die moment unaufgehörten desktop so laden was man dieses Video früher beenden soll so aber jetzt noch mal hallo ne du kommst du vor diesem let's play lego loko ich will das Spiel zum ersten Mal ja und wir gucken aber auch die intro sequenz also immer bisschen übersprungen gehabt weil ich wollte eigentlich nicht vor let's play daraus zu machen aber jetzt mach ich noch ich hab alles auf dem account zugeflogen oh nein 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 oh nein d 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 Post ist abgegeben Ja 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 Gut Nein So sieht der Back schon wieder Ja Die Hilfe geht nicht so gut Ja Ich hab's kapiert Schiene Kurve Scheiße Hoi Jajaja Ich hab's kapiert Bulldozer Nein, ich hab doch auf dem Bulldozer geglückt. Hallo? Hat er? Jeder war vorne mit. Danke. Äh, ja. Was ist das? Ja, ja, Zugdepot. Äh, Mann. Ich hätte vielleicht erst mal eine Weiche installieren sollen oder so. Bahnhof. Das hier sind doch alles diese alten Sets von Lego noch. Bahnübergang. Funny, ey. Was bist du? Naja, dich brauch ich. Aber nicht so. Kann ich dich drehen? Ah, ja, geht. Zack, so. Alter, ich bin ja schon richtig gut hier drin, ey. Das macht ja richtig Spaß. Ich muss auch sagen, das Spiel hab ich mir schon früher immer gewünscht, ey. So, ne. Nein, ich klicke lieber nicht drauf, aber. Krieg ich. Hä? Mach ich die Box zu? Hä? Alter, da kommt ein Zug raus. Lustig. Hi. We don't know me. Nein, 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 das hatte ich schon. Äh, ja, was ist das? Ah, Dekoration. Jo. Und du bist Häuser. Jo. Äh, was bist du? Und Zugdepot. Hä? Warum gibt's mehrere Zugdepots? Nein. Ah, ja. Da mach ich mir hier mal so das hin. Das hier ist wie meine eigene Lego-Welt, die ich, äh, letztens gebaut hab. Scheiße, nein. Bulldoze. Bom, bom. So, zack. Da. Oh, ja. Ah, da geht. Bubble. Bubble. Plakal. Oh, Gott. Kinoski. Konkret. Ja, ich baue das draußen in der geistes Kälte auf. Holz. Das ist falscher Holz. Walnuss. Warum gibt's hier Sand? Und so. Was ist das? Pitch. Auf dem Fußballfeld, ey. Lavender. Lino. Ja, Lino. Mach ich mal. Weil das sieht so aus wie in so einem Wohnzimmer oder so. Mach ich ganz bewegt. War sehr krass. Was bist du? Das ist mein Signal. Geil. Ach, dich hab ich falsch platziert. Du musst so. Ey, das funktioniert's richtig. Äh, ja. Mann, jetzt hab ich's. Zack. Zack. Okay. Ich glaub, wir können jetzt auch Abstellgleise so zumachen. Und ich find's auch witzig, wie hier Leo so ein Kurvenradius eingebracht hat, den es heutzutage gar nicht mehr gibt. So, hey. So, 90 Grad Kurven. Gibt's gar nicht mehr. Gibt's einen Prellbock? Und wir brauchen einen. Ne, Prellbock nicht, aber das. Ah, doch. Zack. Ey, das nimmt ja schon richtig vor, Mann. Was bist du? Du bist ne Brücke, oder? Das ist wirklich ne Brücke. Komm da rein. Am Ende war's gar keine Brücke und ich hab irgendwas zerstört. Das ist wirklich keine Brücke. Äh, ja, ruhig. Den da oder den? Ja, ich nehm den. Den. Zack. Sind die Schranken nicht einfach grad falsch rum? Ja, sind sie wirklich. Jetzt hier so ne einsame Kurve. Kann man Sachen dann so einfach überschreiben? Joa, kann man. Jetzt kommen wir hier nicht mehr so rein. Ne, tun wir wirklich nicht. Scheiße. Jetzt kommen wir jetzt da rein. Joa, so. Zack. Ich hab das nur so überwenden, weil wir setzen müssen. Was bist du? Du bist auch im Bahnhof, oder? Ja, bist du. Zack. Du bist, keine Ahnung, bist du Arzt, ne Post? Das ist ja cool. Äh, Joa, was bist du? Das platziert mal hier. Alter, Junge! Nein! Der geht das nicht. Da war's doch grad. Zack. Dann hier unten ist es perfekt. So würde bei mir auch so ne Lego Eisenbahn aussehen. Was bist du? Die benutze ich als Plattform. Vielleicht kommt bald auch Lego Insel 2. Der fällt grad auf. Ich bin immer noch nicht fertig mitbauen. Ja, das hier ist wahrscheinlich so Fußgängerweg. So, dann haben wir's hier so ein bisschen gschick gemacht. Ja, das Ding! Ja. Scheiße! Sack, so. Zebrastreifen. Dieser Zebrastreifen passt nur eins. Ah, hier ist aber so ein richtiger Gras gewesen. Fun-Fact. Ich weiß, was für Fun-Fact, aber... Nur kurz hin, vorweg. Wie fun sag ich das? Ah, ne, ich sag davon nicht. Hä? Ich hab's hier... Dann bauen wir dich mal hier. Ich weiß nicht, wie hier ist. Zack, und dann noch ein paar kleine Häuser. Okay. Krankenhaus, sehr wichtig. Nicht drehen können wir aber ja nicht. Ah, eine Schule. Die können wir hier einfach so hinbauen, so zack. Tankstelle. Ich werde sie mal einfach hier hin. Ist egal, dass die falsch rum ist, aber hauptsache, wir haben eine. Oh, was bist du? Das ist ein Infopoint. Wofür braucht man denn so einen Game-Infopoint? Und ein Einkaufsladen. Walmart. Nee, ist nicht Walmart. Ist zu groß dafür. Äh, zu klein. Ah, Copyright. Nein, kein Copyright. Das war ein Schatz. Kann ich dich hier hin platzieren? Nee. Geht natürlich nicht. Aber das hätte gehen müssen, eigentlich. Äh. Das machen wir hier hin. Was gibt's denn hier noch so? Ein Tunnel. Das muss wahrscheinlich nicht da kommen, sondern dann auf der anderen Seite wieder raus. Oder so. Ja, nur ist einfach so ein. Aha! Das ist sowieso ein Überweg. Ich muss mich mal eine Weiche hier hin. Was ich sagen wollte, ein Familienmitglied aus meiner Familie sagt, anstatt Weiche einfach Leiche. Scheiße! Scheiße! Zack! Scheiße! Mann! Ja, danke! Ach! Nein! Ja, Scheiße! In der Rotatei bin ich aber erst bei 17 Minuten. Ach komm, ich mach jetzt nur so eine kleine Strecke, ey. Dann mach ich beim nächsten Party einfach größer. Hm. Hä? Hm? Hä? Hm? Nein! Nein, nicht hier! Hm? So... Hä? 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 ÄH? Jurassic Park. franchisee Stay. Hä? Okay, ich hab ja rausgefunden, ich bin jetzt die Bombe. Zack. So, und jetzt testen wir mal kurz. So, dann kommt der Erste zu. Kann der alleine entscheiden, wo der hinfällt? Oder muss ich dann, Erde? Ah, nee, das geht doch so. Oh, nein! Jetzt kommt da noch einer raus. Ah! Das ist ja cool. Das kann ich nicht drücken. Das ist ja cool. Das ist aber sehr langsam. Wird das hier das kürzeste Video zum Punkt geben? Oh, der eine ist weg. Scheiße! Scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Aber... Mann! Scheiße! Ne, jetzt wird nicht das kürzeste Video. Was, aber das Video geht nur 36 Minuten. ja ich brauche mal weiter und zwar bei uns haben wir auch blue bricks sachen dabei mit sich nirgendwo fahrgabend und so zack und jetzt wollen noch ein Signal dahin. Der auch noch. Und da ist recht. Dann tippst du was gleich nochmal? Hier kommt nochmal so ein Bahnhof hin, so ein kleiner. Ihr könnt da einfach mal kommen. Nein, der soll hier weg. Halt! Scheiße! Was bist du? Was bist du? Ah, du bist der da. Stopp! Stopp! Nicht blau! Das ist doch jetzt wieder scheiße. Uh, super. Wow. Scheiße, jetzt kommt da noch einer. Ja, da kannst du so viel rufen, wie du willst. Ah, so. Ah, jetzt kann ich das... Hat der halt eine Bahn? Gott, scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Oh, du darfst auch wieder fahren. Ey, das Schmied macht richtig Spaß, ey. Ah, jetzt hat es auch geschwitzt. So, dann mach ich so, dass die im Kreis fuhren. Huh, jetzt fertig. Du darfst auch nicht. Okay, ich schreier. Ach so, dass die Anerkäu vor gotta. Die Anerkäu war auf der da. Ach so, da kannst du auf das Malev være. Und das ist es ein sehr, 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 sehr. Und das ist ein sehr, 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 sehr. ich würde mal sagen das hier nennen wir jetzt klingeln zack das sind die mann in der nächsten bis klingeln Das kommt nicht nur noch, nicht nur noch los. So, und mit diesem Bild hoffe ich, es hat euch gefallen. Das war's mit dieser heutigen Folge und ciao.